so jetzt aber irgendwie hat zu hoch sind wir wieder zurück keine kirche und kein turm ja wo ist er denn nehm ich mir ja schon weiter ich glaube dann porten wir mal dahin gut ja gut ja sehe ich zwar noch nicht aber ich sehe nicht auf der karte dass du hier bist immer noch nicht jetzt jetzt ja da hat er sich schon eine lederhose gemacht ich habe es mal basalt hauken getauft natürlich die freien zwar nicht hier weiter richtung östen oder südösten östen östen ist auch gut hier muss man bergwein machen ja 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 Ja. Ich hoffe, es hat. Ich glaube, ich hätte doch besser nochmal deinen Rechner neu starten sollen. Ist doch ein wenig zuckig. Jetzt muss ich mal eben eine kurze Sichtweite ein Stückchen runter. Die ist schon runter. Ja dann, vielleicht bessert sich das ja noch. Hat er denn da schon ein neues Dorf gefunden? Wenn ich die Karte aufmache, dann braucht er bestimmt wieder Jahre um ihn zu laden. Was ist denn da hin? Ich kann ja auch mal warten. Er rennt nicht mehr und rennt und rennt und rennt. Ich kann sehen, wie ich dran bleibe. Ein Dorf? Jawoll. Fahren wir da nicht schon? Nein. Wegen diesem komischen sand da. Hier nicht. Ah, und die Rocky Mountains. Und ein Tour. Gehen wir da doch mal hin. Au. 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 Ja Namen Ja Und hast schon einen Namen? Äh Äh Nee, keine Ahnung Rotsteingebirge hauken oder sowas Rotschnee hauken So was? Gesetzt Hast du jetzt gesetzt oder? Ja, hab ich Ist ja gut Put 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 Ist kaputt Halb kaputt Nein, nicht schon wieder da runterfallen Das tut doch weh So Geht doch schon wieder auf Bärenjagd Das war mal einer Graulisch mir mal Komm her du Bären Kommst du? Eben ein Bär erledigen Ich komm Da geht's hoch? Ja Oh Oh Äh Ja Ja Es wird auch schon leichte Winde hier oben Ja Da oben geht's hoch Ja Hm Jetzt mal wieder runter würde ich sagen Fliegen können wir ja nicht Ohne Flugring Ohne Batterie Müsste ja möglich sein Müsste, sollte, hätte Sind Ja Ja Wird Ja Wird ja ja Wird Ja ja das ist ja auch wieder toll gespawnt mitten im berg aber ein turm haben sie höhlen haukeln sie doch ziemlich witzig aus eigentlich den schatten auch blöd oder was Das ist ja wohl hier. Noch einer. Kommst du her? Oh, das ist nicht gut. Ich muss mir eine Abbelösen. Knowledgefragmente. Mal wieder. Im Sack. So, packen wir das mal da rein so. Da auch rein von. Das ist das. Stückskiss. Da haben wir ein paar Flax. Flax brauche ich eigentlich gar nicht. Mit der Kiste tun wir. Wittert schon wieder dunkel? Naja. Wittert nicht. Müsst du mir mal einen Ofen suchen. So, mal schön im Freien geschlafen. Kann auch erfrischend sein. Kann auch erfrischend sein. Müsst du mir ein Eingang? Äh. Ja. Ich hab'n Ofen bei, also. Ne, irgendwie nicht so, oder? Ja, ich hab'n Ofen bei. So. Ich dachte hier wär'n vielleicht noch welche. Ich glaube nicht. Viel steht hier ja nicht. Da. Danke. Große brauchst du auch wie sechs Stück. Sechs Stück? Hab' ich nicht. Hm. Ich zeig' jetzt haben's gebaut hier. So. Gebilde. Guck' man ja gar nicht rein. Ist ja... Ich hab' keine mehr drin. Ach, hier haben wir ja noch. Aha. So. Tomelchen. Kann man ja nicht. Wir brauchen das Ding. 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 Ja, ich hab nichts zum, äh, brennen. Und jetzt nach, äh, Südwesten. Okay. So, ohne mit zu werben. Nö. Da sind immer so... ...dass auseinanderrupfen so. Da? Muss ich jetzt hin? Dampen wir mal. Störe, wenn ich am Stream bin. Muss ich jetzt geblieben, ey. Wo ist der denn jetzt? Mann, ey. Ja, ich bin hinter dir. Ist doch richtig Action im Wasser hier. Naja, die müssen noch was zu essen haben. Die Delfine. Ich wusste aber nicht, dass die, äh, ...quallen futtern. Nö, das habe ich auch grad zum ersten Mal gesehen. Ein Huhn? Ein Huhn? Komm her, Huhn. Ja, eine Zwiebel. Die ganze Expedition hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Wegen einer Zwiebel. Ja, in Wirklichkeit bin ich auch nur wegen der Zwiebel hier rumgerannt. Zwiebel. Ich rede auch keine Kilometer wegen der Zwiebel. Wo ist denn jetzt? Hallo? Eine Festung. Eine Festung. Dass, dass sie echt nicht mal richtig spawnen können, die Dinger, ey. Ja, ich verstehe das auch nicht. Aaaaaaah. Blut. Das Viecher. So eine riesen Ölquelle, ey. Was ist das denn, ey? Was ist das denn, eine Ölquelle auf einem Baum? Naja, aber eine massive. Hier noch so eine schwebende Etwas. Naja. Da soll mal rennen, dann. Ah, da ist eine Kuh. Ich hau euch direkt mal nach oben. Jetzt hin. Ja. Schneck. Schneck. Schneckchen? Jetzt springen da hoch. Hm. Wasser. So macht der Renderer nichts. Was ist denn hier? Ich wusste, dass die Karte wieder nicht lebt. Unglaublich, ey. Jetzt. Und jetzt. Jetzt wieder hin, ey. Oh, Schinsky. Sag doch mal irgendwas. Wo ist der? Da hinten. Junge, 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 Junge. Ich guck mal einmal eben weg. Es sieht auch irgendwie abgeschnitten aus hier. Ja, total. Das war wieder klar, wir haben einen unten fallen. Oh, nein, nein, nein. Schaut. Ich renne nicht. Irgend so eine fliegende geschichte hier hat fliegen ja hier so eine fliegende plattform teilweise fliegende plattform ja ein komisches bild ein vulkan der hat ausbricht ja sieht schick aus vor allem bricht ja mal vernünftig aus nachhilfe normal ist immer nur einseitig schick aus schick aus Was ist das denn jetzt hier wieder? Was ist das ey? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Das sieht wohl interessant aus. Das ist ja so ein ganzes Rondell hier. Spinnen. Hast du vielleicht mein Bett eingesackt? Ja, ich habe sie da hinten hingeschmissen. Hier liegt's. Das wär mal richtig fett ey. Das ist doch mal was. Wie kommt man denn da hoch? Wahrscheinlich gar nicht. Muss man von innen einen Aufzug nach oben bauen. Kommt man nicht von da hoch? Und da oben ist auch ne Kiste. Hä? Wo ist ne Kiste? Ja, da oben. Wo sieht der denn da ne Kiste? Da sind doch diese hässlichen Obsidian Tiles. Da sind doch immer Kisten. Und Wisps. Ich seh die Dinger gar nicht. Da. Da. Ich setz hier mal nen Warp. Rond. Ja, R-O-N-D. Und boah. Scheiß jemand da ne. Scheiß jemand da. Scheiß jemand da. Ein Bär, ein Bär. Komm du mal her. Scheiß jemand da. Scheiß jemand da. Ein dazu. Moin. Was soll ich da? Uah! Boah! Die Karte ist geladen oder immer noch nicht? Äh, ich will nichts mehr. so manche passagen die rennen dann einfach nicht hallo wieder mal nicht die karte das ist immer wenn ich wenn ich wenn ich hier länger firefox auf habe dann irgendwann mal die karte aufmacht dann kommt die nicht wo sie erst feiert was neu starten das habe ich aber noch nicht gehört was auch niemand davon kack ist die sonst nie jetzt ein paar tage ist ich habe keine lust wieder das ding auszumachen wieder anzumachen wieder Albal anmelden da und dann muss auch nicht was war das denn ist mein boot kaputt gegangen egal und wieder ein dorf im wasser was ist denn ich spring jetzt da hoch Oh, verdammt nochmal. Ich will so dreckiges Viecher hier. Was hat denn hier überhaupt D? Und wieder kein Taumium. Nee. Oh, wie nennen wir das jetzt hier? Los, kaputt aus Haugen. Muss ja auch immer ein reinschreiben, wenn du dich dahin porten willst. Ja, Putt Haugen. Ja, dann mach. Das ist ja, wie der Reparier hat. Ja. Oh, wie der Feind? Ja. 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 Ja, eigentlich... Ja, eigentlich... Wolle ich jetzt wieder nach Hause. Mit nem Bötchen? Mit nem Bötchen. Nee. Da würde ich mich schon hin porten. Aha. Also Osterreise beendet, ja? Sozusagen, ja. Ist ja auch schon fast beendet, eigentlich. Ja, dann mal wieder zurück in die Heimat. Ja. 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 Ja.